Kapitel 1 Es war nie mein Lebenstraum, in einer Kleinstadt in Alaska ein Gasthaus zu führen. Ich habe diesen Beruf ergriffen, weil ich nun mal die verantwortungsbewusste Green bin. Die, die sicherstellt, dass es allen gut geht. Die Praktische, die ein Inn entdeckt hat, das kurz vor dem Bankrott stand und sich dachte, dass es eine Investition wert sei. Es ist nicht so, als würde es mir keinen Spaß machen. Das tut es, meistens zumindest. Und dann gibt es aber auch wieder Momente, in denen ich mich frage, was wäre wenn? Aber ich schätze, das geht jedem einmal so nicht, wa? Seit ich meine Marketingstrategie geändert habe, um mehr Gäste anzulocken, es sind nur wenige Touristen in der Stadt, habe ich das Gefühl, dass ich nur noch ein glückliches Pärchen nach dem anderen einchecke. Wie zum Beispiel das Paar, das gerade vor mir steht. Anscheinend sind sie frisch verheiratet, denn sie haben das Honeymoon-Paket gebucht. Ich bin aber nicht neidisch oder so, denn ich bin ja selbst frisch verlobt. Mein Ring funkelt sogar im Licht, als ich die Kreditkarte des Mannes entgegennehme. Schöner Ring! Die Frau sperrt über den Empfangstresen. Er glänzt noch so schön, ist bestimmt neu, bemerkt sie mit der Begeisterung einer frisch gebackenen Braut, die einer anderen begegnet. Ich blicke herunter auf den Zweikareter. Es ist ein Platinring mit einem birnenförmigen Diamanten, der von weiteren Kleinen umringt ist. Ja, das ist er tatsächlich. Ich muss jedoch gestehen, dass ich ihn jeden Abend poliere, denn ich will, dass er noch wie neu aussieht, wenn die Zeit gekommen ist, ihn zurückzugeben. Und? Wann ist der große Tag? Will sie wissen. In sechs Wochen. Sie reißt die Augen auf. Wirklich? Wann war die Verlobung? Ich gebe dem Mann die Kreditkarte zurück, und er legt einen Arm um seine Frau. Komm, Schatz, lassen wir die Dame nun in Ruhe. Er zwinkert mir zu, aber weiß doch jeder, dass eine junge Braut all ihre Ratschläge mit anderen teilen will. Sie hat Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre damit zugebracht, sich von anderen Leuten anzuhören, was sie tun und lassen soll. Und nun ist ihre Zeit gekommen, mit ihrer Weisheit zu glänzen. Als sie jedoch einfach stehen bleibt, wird mir bewusst, dass sie eine Antwort erwartet. Vor ungefähr einer Woche. Ihr quellenförmlich die Augen aus dem Kopf, als wären sie an Slinkies befestigt. Wir haben zwei Jahre für die Planung gebraucht, und trotzdem war unsere Hochzeit nicht einmal halb so schick wie die unserer Freunde. Ich lächle. Wir haben nur unsere Familien und engsten Freunde eingeladen. Das hätte ich auch gewollt, bemerkt der Typ, und sie schlägt ihm leicht auf den Bauch. Ich gebe Ihnen Suite 213. Ganz nach oben und dann den Flur hinunter. Lassen Sie es uns wissen, falls Sie etwas brauchen. Wir wollen, dass Ihr Aufenthalt im... nach oben und nicht ORAR ist es andere, Es wären mehr Glück left undите eine Ansatz von causes dem größten Sinne.